Es ist unglaublich spannend, was gerade an den weltweiten Börsen passiert. Der Euro-Dollar bricht immer weiter ein, die Aktien tun sich unglaublich schwer. Und dieser Chart, für mich der wichtigste überhaupt, der geht durch die Decke, getrieben von den Inflationszahlen vor zwei Wochen und natürlich der Fettsitzung am Mittwoch, gibt es anscheinend in den zweijährigen Treasuries kein Halten mehr. 4,11% ist da die Rendite oder 4,12% aktuell. Also das sind Werte, da hatten wir zuletzt diese Höchststände zur Zeit in der Lehman Brothers Krise. Es ist sehr, sehr spannend, da hängt eine ganze Menge dran. Die Hypotheken, Finanzierung, aber natürlich auch die Finanzierung von Unternehmen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass dieser Chart zur Ruhe kommt, bevor die Aktien ihren Boden finden werden. Wir sprechen in diesem Video über mein Aktienmarkt-Timing. Ich werde dir verraten, welche aktuellen Positionen ich im Live-Trading habe. Passend zu der Strategie Sommerloch-Short kannst du es dir wahrscheinlich schon denken. Ich möchte mit dir zwei, drei makroökonomische Zusammenhänge besprechen, die sehr relevant sind für die aktuelle Zeit, die viele Investoren, die neu an der Börse sind, vielleicht noch nicht gesehen haben und deswegen sich wundern, dass die Aktien so schnell fallen. Und der S&P ist ja durch seine wichtige Marke durchgebrochen, durch die 3.756. Warum diese Marke so wichtig ist, das hatte ich in einem älteren Video schon besprochen. Und da gilt es in diesem Video dir kurz einen Überblick zu geben und dir vor allem ein Timing mit an die Hand zu geben, wann dann auch die Aktienmärkte sich mal wieder etwas beruhigen können. Ich glaube, dafür ist es unglaublich wichtig, dass hier die Treasuries nicht weiter steigen. Was ist denn eigentlich der Preis von diesen zweijährigen Treasuries? Das ist nichts weiter als die Erwartung, wo die FED-Fundrate in zwei Jahren steht. Ist ein bisschen salopp ausgedrückt, aber das sagt uns hier mehr oder weniger, dass der Zinssatz, der ja am Mittwoch wieder mal um 75 Basispunkte angehoben wurde, mit sehr starken Dotplots, die eben auch hawkisch waren, dass eben hier der Zinssatz in zwei Jahren bei 4,12% steht. Und das ist natürlich attraktiv und das darfst du unbedingt als Aktionär auch verstehen, wenn die Dividendenrendite unter 2% ist, dann eben sich hier Treasuries zu kaufen, die eben 4% rentieren und natürlich auch weniger Volatilität haben, zumindest in normalen Phasen. Aktuell ist ja die Volatilität am Anleihenmarkt auch extrem hoch. Wir haben ja sämtliche charttechnischen Marken gebrochen. Einmal diesen Abwärtstrend, zeichnen die nochmal kurz ein. Und auch die horizontale Linie, das ist eben alles schon für Renteninvestoren ein sehr massiver Schock, den wir hier sehen. Und ich kann dir sagen, wo ich früher in der Fondsgesellschaft noch gearbeitet habe, von 2007 bis 2018, also 11 Jahre lang, und hier die Renditen nach Lehman Brothers so stark gefallen sind, 2011 auch schon große Inflation im System war, damals ja auch mit steigenden Commodity-Preisen. Und wir haben dann die ganze Zeit hier gesessen und gedacht, Mensch, die Renditen können doch nicht so lange bei Null bleiben. Und in Amerika, da ist die Zinsdynamik ja auch nochmal deutlich schneller als in Europa. Und dann war jetzt hier diese Ansteigephase 2017, 2018 war völlig okay. Wir hatten das quantitative Tightening, wir sind wieder in die Normalität gekommen. Und dann nochmal Lehman Brothers und das entlädt sich gerade hier mit doppeltem Potenzial. Ich glaube, weiter als 5% werden wir nicht mehr laufen, aber für den Aktienmarkt, sage ich es dir ganz klar, ist es nötig, dass wir mindestens mal drei Monate hier auf der Stelle laufen. Also nicht auf Monatsbasis immer wieder neue Höchststände in den Renditen erreichen. Das ist wie gesagt hier ein absoluter Megatrend, den wir so noch nicht hatten. Auch die Phasen vorher 2003 bis 2007, bis dann eben der Crash kam mit Lehman Brothers oder auch hier 99 bis 2001, wo dann eben auch der neue Marktcrash kam. Die waren in der Amplitude und auch in der Geschwindigkeit nicht so stark. Also hier, du siehst schon, die Anstiege waren natürlich vom Niveau her noch etwas höher, das muss man sagen. Und auch der Hochpunkt, bevor der Aktienmarkt dann wirklich in die Knie gegangen ist, auch der war noch ein bisschen höher. Einmal eben hier bei 6,7% oder auch bei 5,2%. Aber hier so schnell den Renditeanstieg zu vollziehen, das ist natürlich dramatisch. Und da kann man auch mal gucken, ist das jetzt gerechtfertigt? Woran liegt das? Nun, wenn du den Kanal abonniert hast und regelmäßig den Daumen nach oben gibst und damit ja auch regelmäßig die Videos siehst und die Glocke abonniert hast, dann weißt du, woran das liegt. Das liegt natürlich an dem Thema Inflation. Die können wir uns ja auch noch mal in den Chart reinholen. Also die ganz normale Inflation, year over year gemessen. Also auf der Jahresveränderungsrate packen wir sie mal auf die andere Skala, damit es vielleicht in der Betrachtung auch noch schöner zu sehen ist. Und was dir hier zeigen kann in schwarz, siehst du wie gesagt die zweijährigen Treasuries. Prozente machen hier wenig Sinn, sondern wir schauen uns das mal lieber an auf der absoluten Ebene, regulär sozusagen. Und da siehst du eben hier auf der einen Seite die Inflationsrate bei 8,3%. Der letzte Print war ja entscheidend, weil die Core-CPI so hochgegangen ist. Energiepreise beruhigen sich zwar am aktuellen Rand etwas, aber die Kernrate ist sehr hoch, weil eben sehr viele Effekte erst über die Zeit sich entsprechend zeigen. Das war auch klar, wurde aber vom Markt weitestgehend ignoriert. Und schau doch mal hier, seit 91 siehst du in schwarz die zweijährigen Treasuries. Die standen in der Regel über dieser year over year Headline Inflation. Da war die Inflation eben hier bei 3, gar nicht wahr, bei 2 bis 3%. Und die Renditen waren eben bei 6, 7%, waren also deutlich höher. Dann hatten wir den neuen Marktcrash, wo dann eben beides ungefähr auf dem gleichen Niveau lief. Und dann hatten wir nach Lehman Brothers auch natürlich getrieben durch das quantitative Easing, also das Aufblähen der Bilanz der einzelnen Notenbanken und gleichzeitig dann eben auch hier diese Ankäufe von Anleihen. Hatten wir eben eine Situation, wo es durchaus normal war, dass die Inflationsraten zwar gering waren, hier zwischen 1 und 2% in Orange dargestellt, aber die Zinsen in schwarz noch deutlich tiefer. Das ging dann eben hier mit Lehman Brothers los und das ist durch den Corona-Crash, wie du es hier gerade siehst, nochmal ein bisschen verstärkt worden. Dann eben, wie gesagt, ganz konkret und ganz extrem nochmal durch die Maßnahmen gegen den Corona-Crash. Und jetzt siehst du eben hier, die Renditen sind, zumindest was den Abstand zu den Inflationsraten bei 8,3% angeht, nochmal sehr weit entfernt. Also wenn du jetzt für 8,3% dein Geld anlegst, dann hast du real immer noch einen deutlichen Kaufkraftverlust, zumindest auf der aktuellen Year-over-Year-Inflation gerechnet. Allerdings, wenn man eben den Erwartungen glauben darf, dann wird diese Inflation auch deutlich zurückkommen, natürlich auch durch den konjunkturellen Einbruch getrieben. Und dann wird sich das Investmentspiel auch nochmal ändern. Also was halten wir fest? Faktisch, die Renditen sollten hier mindestens mal drei Monate seitwärts laufen oder nicht so stark steigen. Vom Timing her würde ich sagen, September und auch der Oktober sind noch schwierig für die Aktienmärkte, insbesondere ja auch, weil die Midterm-Elections anstehen. Wenn Joe Biden gewinnt, hat er zwar mehr Handlungsbevollmächtigung, dann ist es vielleicht nicht ganz verkehrt, aber dann wird auch das Staatsschuldendefizit in den USA immer weiter steigen. Damit werden die Renditen auch belastet, weil immer neue Anleihen auch begeben werden. Die Fed kauft ja nicht mehr so viel, da hatte ich ja auch das Video schon gemacht. Und da braucht es eben hier zumindest mal etwas Ruhe. Wenn die eben einkehrt, dann vielleicht im November, Dezember mit der klassischen Jahresendrallye, wenn sich die Renten etwas beruhigen, dann könnten auch die Aktien mal steigen. Und wie gesagt, wir entladen hier gerade 11, 12, 13 Jahre der Erwartung, dass die Renditen aufgrund der Geldmenge, die ja schon sehr früh auch gestiegen ist, ist ja Quatsch zu sagen, die Geldmenge ist jetzt erst hoch, die ist ja seit 2008, 2009 schon extrem angestiegen, dann immer weiter auch durch Corona. Und das entlädt sich gerade in einer unglaublichen Beschleunigung, die auch dem Aktienmarkt nicht besonders gut tut. Deswegen kannst du dir schon vorstellen, wie meine Positionen im Live-Trading in den letzten Tagen waren. Überwiegend, aber nicht nur Aktien short. Natürlich habe ich vor der Fedlong auf der Long-Seite getradet, aber insgesamt, wenn ich es mal ausruhen kann, bin ich momentan eher hier im S&P auf der Short-Seite unterwegs. Und wie gesagt, 3.756 ist für mich eine extrem wichtige Marke. Ich sage dir nochmal ganz kurz, warum. Weil das eben die Year-to-Date-Performance war von vor zwei Jahren. Das ist für mich als Fondsmanager ein extrem wichtiger Wert. Den haben leider viele private Trader und auch viele Chart-Techniker gar nicht auf der Agenda. Für Fondsmanager ist das eben extrem relevant. Hier siehst du die drei Daumenregel, die mir auch dieses Jahr sehr gut geholfen hat, um den Aktienmarkt zu teilen. Und du siehst eben hier diese schwarze Linie, Year-to-Date 2021. Diese schwarze Linie kann man eben vorziehen und ist bei 3.756 unterschritten mit den Indikationen, die wir gerade sehen und damit eben auch mit der Thematik, dass es weiter runtergehen kann. Schauen wir uns nochmal kurz das Rezessionsszenario an. Steigende Zinsen aufgrund der hohen Inflation ist das eine Wirtschaftseinbruch, das andere Arbeitsmarkt nach wie vor fest. Aber hier siehst du an Bloomberg-Daten auch gemessen, die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession geht immer weiter nach oben. Selbst in China sind schon 20% Rezession eingepreist. Japan gestern auch mit der Devisenmarktintervention. Ich glaube, damit tun sich auch keinen Gefallen, weil es ist anders als im Schweizer Franken. Sie wehren sich hier nicht gegen einen starken Schweizer Franken, sondern sie verteidigen sich gegen einen schwachen Yen. Das kann man natürlich viel schlechter durchhalten, weil man eben Devisenreserven tauschen muss. Und ja, gestern eine starke Bewegung im Yen, das wird auch noch ein paar Wochen anhalten. Aber genau wie mit den Peripherie-Spreads und wir haben ja auch die Wahl in Italien jetzt am Wochenende, am Sonntag konkret, wird der Markt das Antesten herausfordern, so wie er ja auch die Rentenmärkte gerade extrem unter Druck setzt und wir jeden Tag hier steigende Renditen haben und einen Trend, den ich so schnell und so weit auch noch nicht gesehen habe und wo wir auch in der Ausbildung von profitieren, weil wir ja schon lange auf einen Anstieg der Renditen setzen. Die Konjunkturrisiken in der Eurozone in UK und auch in den USA deutlich größer und da kommen sicherlich in den nächsten Wochen mit fallenden Aktien auch nochmal 5 bis 10 Prozentpunkte obendrauf. Und ja, Aktien werden optisch günstiger, das ist klar, fallende Kurse sind immer irgendwie attraktiv. Wenn wir vielleicht im S&P bald bei 3,3 stehen oder in der Nasdaq nochmal 1.000 Punkte verlieren oder in der DAX bald 12.000, all das, da zuckelt das schon so, naja, das waren ja lange Kurse, die wir nicht mehr hatten. Trotzdem, solange die Renten sich hier nicht beruhigen, würde ich mit den Aktien auch vorsichtig sein. Wie gesagt, der Rentenmarkt wird zuerst das Geld anziehen, weil die Renditen da höher sind und wenn dann noch was übrig ist, dann wird es in die Aktien reingehen. Was du hier siehst, ist der S&P 500, also der wichtigste Aktienmarkt der Welt und seine Price-Earnings-Ratios und mal die Frage, ja, wann ist denn hier das Tief erreicht gewesen? Fakt ist einfach, solange die Notenbank die Zinsen anhebt, ist es immer schwer gewesen für den Aktienmarkt, sein Tief auszubilden. Normalerweise kommt das erst, wenn die Notenbank die Zinsen auch wieder senkt. In diesem Zyklus kann es schwierig werden, aufgrund der Inflation, aber du siehst mal hier in den letzten 11 Bärenzyklen, wo war denn immer jeweils das Tief der Bewertung, also auch da sind wir mit dem roten Fall gesehen auf dem höchsten Stand. Das heißt, wenn ich jetzt nur rein nach Bewertungen gucke in den letzten 70 Jahren, also mir nur dieses relative PI-Angucke-Price, Earnings-Ratios und das ist ja auch die Frage, ob die Earnings dann wirklich so gut kommen. Deswegen ist die Berichtssaison jetzt auch sehr, sehr relevant und ich glaube, da wird es einige große Enttäuschungen auch geben und da werden viele Unternehmen auch auf das Thema Rezession hinweisen. Das war in der letzten Earnings-Season schon ein sehr wichtiges Schlagwort. Neben Inflation wurde auch Rezession sehr oft in den Mund genommen und damit kann man natürlich immer auch einen Geschäftseinbruch rechtfertigen, wenn es allen anderen auch schlecht geht. ist es vielleicht von Analysten auch zu verzeihen, dass eben die einzelnen Ergebnisse auffallen. Nichtsdestotrotz, das belastet den Gewinn, Dividenden und natürlich dann auch das Wachstum des Unternehmens generell. Und Fakt ist, wenn wir uns die reine Bewertung anschauen in den Bärenmarktrellys zuvor, wo dann eben auch das Tief erreicht war, wo es eben nicht nur eine Rallye war, sondern auch der Übergang in den nächsten Bullenmarkt, da waren wir hier zum Beispiel nach den 70er Jahren mit der Hochinflation auch bei Bewertungen von 10 oder eben auch hier nach dem ersten Inflationscrash waren wir auch bei Bewertungen von deutlich unter 10 sogar, muss es richtig heißen, von 6, 7, 8 im PI gab es eben durch das Aufblähen der Bilanz in den letzten Jahren nicht mehr, aber selbst im Corona-Crash hatten wir auch Bewertungen von 15. Klar, da waren die Aktien auch noch tiefer und das ist durchaus auch ein Kurspotenzial, diese alten Tiefs nochmal anzutesten. Also im DAX wären wir da bei 8, 9000, im S&P auch nochmal deutlich tiefer und da sind wir auch von den Bewertungen nochmal ein Stück weit entfernt und da kann der Markt durchaus nochmal nach unten gehen. Aktuelle Position, Nasdaq Short, hatte ja auch den Marktausblick hier auf YouTube geteilt, kann ihn gerne nochmal für dich verlinken. Wichtige Positionen für mich, Nasdaq Short jetzt eben nicht nur strategisch im Investmentdepot, sondern auch taktisch nochmal kurz nach der Fettentscheidung am Mittwoch hat sich das ja ein bisschen abgezeichnet, wo es sehr volatil war und die Richtung dann definiert wurde nach unten. Der Tag gestern hat das bestätigt, aktuell ist Tick Profit bei 11.300 Punkten und Stop Loss im Bereich, ich habe es gerade auch nochmal runtergesetzt, bevor ich das Video gemacht habe, bei 11.780 glaube ich, so in dem Bereich habe ich es gesetzt. Also hier eine schöne Position und die vergangenen Positionen, damit du siehst, ja wir machen Live Trading und das wird auch in der Ausbildung mit besprochen. DAX auch eine Short Position, auch zu der Fett, schöner Gewinn gewesen. Euro-Dollar im Euro-Boost ging leider schief. Euro-Bust läuft ja momentan ganz gut, obwohl ich da im Live Trading jetzt nicht dabei bin, nur im Algo, dann hatten wir hier ein Gold beziehungsweise ein Öl-Rush. Dann eine DAX Long Position, also du siehst mal, probiert auch beide Seiten zu traden. Dann Euro-Dollar auch nochmal mit dem Zinsdifferenz-Strategie, dann hier ein Short, der deutlich daneben ging, das gehört eben auch dazu, wenn man eine strategische Meinung hat, hier mal Positionen auch mit Risiken einzugehen und sich dann ausstoppen zu lassen, wäre im Nachhinein ein guter Einstieg gewesen, aber so ist es halt im Trading, vorher verschiedene Long Positionen, mit der Leber-Day-Long-Strategie und hier nochmal ein Short. Also du siehst, Trading ist einfach schön, weil du halt von allen Marktphasen profitieren kannst und das sind jetzt auch 10, 11 Trades innerhalb von einem Monat, das ist jetzt hier nicht High-Frequency Trading, sondern klar definiert der Investmentprozess mit guten Ideen, die halt strukturiert umgesetzt werden, die eben auch größere Gewinner produzieren als Verluste und wo es eben Live-Trading auch in den letzten vier Jahren eine Verdoppelung gab. Klar, nicht jedes Jahr verdoppeln, aber so 20% im Jahr kommen dabei rum. Das ist Arbeit und wie gesagt, wenn du diese Strategien lernst und den Prozess kannst, dann kannst du sowas auch für dich nutzen. Da lade ich dich zu ein, hör dir gerne die Videos regelmäßig an, teile sie, like sie, abonniere die Glocke, du weißt, wie das Spiel funktioniert und wie gesagt, ich verdiene an der Börse Geld und ich bringe es dir gerne bei, wenn du eben Zeit mitbringst und ein bisschen Energie und Arbeit reinsteckst, kannst du es auch lernen. Es ist ein total spannender Weg, du kannst überall auf der Welt damit wirklich gutes Geld verdienen, du musst es nur einmal lernen und ja, du musst eine Strategie und einen Prozess finden, der zu dir und deiner Persönlichkeit passt und wie gesagt, mein Prozess passt für mich sehr gut, ich glaube aber auch, dass er für viele Menschen geeignet ist, die da eben die Ideen und Strategien aufnehmen. Warum? Weil es im Sinne einfach ist, in der Grundstrategie, in der optimalen Umsetzung braucht es Erfahrung, ist es vielleicht komplex, auch die Sachverhalte zu verstehen, die wir hier besprechen, aber das kann jeder lernen, wie viele andere Berufe auch, wenn man eben die Energie mitbringt und da freue ich mich über jeden, der an der Börse auch Gewinne macht.